So, das ist jetzt das orientale Spezialitäten-Restaurant Dhanabichi in Hogada. Auch von der Größe, finde ich, sind die Spezialitäten-Restaurants wirklich für viele Menschen ausgelastet. Das heißt, es ist ideal, man kann hier wirklich super gut einen Tisch bekommen. Das heißt, man hat nicht diese ewigen Wartezeiten, dass man lange ein Spezialitäten-Restaurant vorweg buchen kann, sondern man kann einfach sich einen Tisch reservieren oder einfach vorbeikommen und wenn dann was frei ist, kann man einfach hier Platz nehmen.